Eine Eisbombe. Hat der Schlümpfe eine Eisbombe? Ist das lecker? Was hast du da? Oh, eine Eisbombe mit Fleisch und Früchten und Gemüse. Das ist immer so, dass man es nicht sehen kann. So ein Mist, der holt es immer weg, ist ganz schlecht zu essen. Schlepp, schlepp, schlapp, schlapp. Du, der Schlümpfe. Aber volle Breite seinen Lappen ausfahren. Wo hast du da? Zeig mal. Darf ich schon mal gucken? Was hast du da? Muss man von hinten die Zunge angucken, wenn da von hinten leckt, wie breit die ist. Oh, was hast du da? Was der Luppi da hat? Luppi, was hast du hier? Zeig doch mal. Oh, 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 oh. Da frau ich nicht an, fassen, geh. Ja. Was ist denn das denn, Luppi? Oh, lecker, lecker. Lecker, 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 Luppi? Ich bin so ein... Tick so ein... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Da ist er ein bisschen mit beschäftigt. So war es ja auch geplant, dass er zu tun hat. Schön mit Rindfleischstückchen, Möhre und Apfel. Schön mit Rindfleischstückchen, Möhre und Apfel. Schön mit Rindfleischstückchen, Möhre und Apfel. So war es ja auch geplant. 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 So war es ja auch geplant.